Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Excel-Tutorial und heute möchte ich euch etwas zeigen, was wahrscheinlich die wenigsten kennen, das nennt sich 3D-Referenz, zumindest kenne ich so den Begriff. Was geht um folgendes, also wir haben hier drei Tabellen, stellt euch mal vor, ich habe hier eine Tabelle oder ihr, neu am Job oder wo auch immer ihr das benutzen möchtet, habt hier eine Tabelle und da habt ihr Produkte und ich habe hier eine Menge, einen Umsatz und einen Gewinn. Und das habe ich für die Jahre 2016, 2017 hier entsprechend und 2018, ja, also ist von der Struktur her gleich aufgebaut, stehen nur unterschiedliche Werte drin. So, und jetzt haben wir hier noch eine neue Tabelle und ich möchte jetzt gerne das Ganze aufsummieren, so, in einer Gesamttabelle als Beispiel, ja, dann kennt ihr ja sicherlich, klar, ich könnte jetzt folgendes machen und jetzt möchte ich erstmal das erste zeigen, ich könnte mir ja hier einfach sagen, weil die sind jetzt von der Struktur her gleich aufgebaut, ja, das heißt, ich könnte jetzt hier sagen, okay, ich nehme einfach mal die Produkte hier und kopiere mir das hier so und kopiere das mal hier da rein, Störung V und dann nehme ich vielleicht auch noch die Überschriften, nehme mal die hier, Störung C und kopiere die eben ja auch hier rein, so, Störung V und dann hätte ich ja entsprechend schon mal diese Vorgabe und dann könnte ich ja sagen, im Fall ganz normal, ist gleich und dann sage ich eben 2016, diese Menge und dann nehme ich ein Plus einfach hier in dem Fall und sage 2017, diese Menge und nochmal ein Plus und das könnt ihr ja auch mit der Summenformel übrigens machen, wenn ihr das machen wollt, ja, und 2018 entsprechend auch nochmal das hier und dann mache ich auf Enter und ich bekomme die 48 und die 48 ist ja die Summe aus, in dem Fall 16 hier plus 8, das sind 24 plus nochmal 24 sind entsprechend diese 48, ja, also das funktioniert und dann könnte ich ja, weil ich ja hier einen Bezug habe, könnte ich ja das Ganze entsprechend auch zum Beispiel hier rüberziehen und könnte mir das Ganze dann hier runterziehen und dann hätte ich ja meine fertige Tabelle, ja, also so könnt ihr das machen natürlich, jetzt ist es natürlich so, die eine Möglichkeit ist, wie das schon mal schneller gehen würde, bei Default, also standardmäßig ist folgendes, und zwar, ich hatte ja jetzt hier das Ganze so erstmal als Text kopiert und nicht als Tabelle schon, so, das heißt ich könnte jetzt auch, ich lösche das mal wieder raus, Störung Minus, so, und gehe jetzt mal hier rein und nehme mir mal die gesamte Tabelle, ja, Störung C, kopiere die mal und werfe die mal hier rein, Störung V und jetzt habe ich hier eine Tabelle kopiert, ich nehme das hier raus, das brauche ich nicht, das möchte ich ja berechnen, aber der Unterschied ist jetzt folgender schon mal, und zwar, ich könnte jetzt hier einfach schreiben, ist gleich, und dann könnte ich wieder sagen, 2016, diese Menge, plus in dem Fall 2017, diese Menge, und plus 2018, entsprechend diese Menge, ja, die drei zusammen addiert, drückt mal Enter, und ihr seht jetzt hier, ist nicht nur die erste Zeile, sondern, weil ich eben das Ganze als Tabelle formatiert hatte, schon meine ganze erste Spalte in dem Fall ausgefüllt, ja, die wird automatisch nach unten hin ausgefüllt, ähm, so, und wenn ich das jetzt nach rechts ziehe, so, ein Stück, das funktioniert immer noch nicht, dann muss ich dann entsprechend wieder, äh, entsprechend das auch runterziehen, ja, also, ähm, Entschuldigung, erst mal so, das markieren entsprechend, und dann entsprechend nach unten ziehen, so, so, das geht auch, aber der Unterschied war, was ich, auf was ich hinaus wollte, ist, wenn ihr das Ganze schon vorab als Tabelle formatiert, bekommt ihr eben entsprechend den ganzen Bereich hier automatisch schon, wobei, alles, was ihr tun müsst, sonst ist eben entsprechend ein Doppelklick auf das hier, ja, das ist also kein großer, ähm, Geschwindigkeitsgewinn, sag ich mal, so, was ich jetzt zeigen wollte, war diese 3D-Referenz, die es gibt, und die sieht folgendermaßen aus, was ihr tun könnt ist, ähm, und da ist es unabhängig davon, ob das jetzt als Tabelle formatiert ist, oder nicht, es geht um folgendes, wir haben hier ja drei Jahre, 2016, 17 und 18, so, und wir hatten das immer so gemacht, dass ich entsprechend sage, ist, also, hier ein istgleich reinschreibe, so, und dann sage istgleich, und jetzt eben wähle ich das erste Blatt aus, markiere die Zelle, mache ein Plus hin, und gehe zur nächsten Zelle, ja, und das mache ich halt, bis ich alle meine Tabellenblätter durchhabe, damit ich das entsprechend aufsummieren kann, hier. Jetzt ist das natürlich für drei Blätter, weil ich, ich gebe es zu, ich war faul in dem, in dem, ja, in der Hinsicht, ich habe nur drei Blätter erstellt, aber jetzt ist das natürlich, falls ihr jetzt hier vielleicht eine Excel-Datei habt, mit, mit 100 Blättern, ja, und das kann vorkommen, ja, also, je nachdem, wo ihr arbeitet, aber wenn ihr in der Beratung arbeitet, oder so etwas, ja, dann kann ich euch nur, ähm, aus der Erfahrung sagen, dass Excel-Dateien können sehr, sehr, sehr groß werden, und dann sprechen wir ja nicht über drei, äh, Blätter, die ihr vielleicht habt, sondern vielleicht, wie gesagt, eben über 100 oder noch mehr. Und dann stellt sich halt die Frage, ja, möchte ich jetzt wirklich jedes einzelne Blatt durchgehen, und dann mit dem Plus verknüpfen, nur damit ich hier irgendwann mal eine Summe habe, ja, nein, das möchte ich natürlich nicht. Und deswegen verwende ich eben diese sogenannte 3D-Referenz, und das funktioniert dann so, dass ich hier einfach schreibe, ist gleich, und dann verwende ich die Summe, also Summe, Summe, und jetzt mache ich folgendes, ich markiere, also ich gehe in mein erstes Blatt rein, das ich aufsummieren möchte, markiere die entsprechende Zelle, hier, in diesem, diese hier, und halte dann meine Shift-Taste gedrückt, ganz wichtig, die Shift-Taste gedrückt haben, äh, halten, und zwar bis zu dem Blatt, in dem Fall habe ich ja nur 3, aber sagt mir, ihr habt jetzt 100 Blätter, also bis zum hundertsten Blatt, das heißt dann 2116 entsprechend, ja, äh, markiert ihr dann, also haltet die Shift-Taste gedrückt, äh, markiert das letzte Blatt, das ihr auswählen wollt, so, und alles, was ihr dann tun müsst, ist entsprechend, dass ihr die Klammer schließt hier oben, für die Summe, und ihr seht dann auch schon, in der Formel habt ihr eben 2016 bis 2018, das sind die Blattnamen, die hier in diesen einfachen Anführungszeichen stehen, und wenn ihr jetzt Enter drückt, dann habt ihr automatisch, weil jetzt die Tabelle, wird das auch schon nach unten ausgefüllt, aber habt ihr die Summe, ja, das heißt, ihr müsst jetzt nicht mehr händisch oder manuell da wirklich durchgehen, das plus das plus das, sondern alles, was ihr tut, ist, ihr wählt entsprechend eure Formel, in dem Fall beispielsweise die Summenformel, könnt das natürlich auch auf multiplizieren, aber bei der Menge gibt das natürlich keinen Sinn, also deshalb habe ich sie aufsummiert, und könnt dann entsprechend einfach auf das entsprechend erste Tabellenblatt klicken, wählt eure Zelle aus, haltet die Shift-Taste gedrückt, wählt das letzte Tabellenblatt aus, das ihr auswählen wollt, und schließt dann die Klammer, also schließt eben die Formel, und könnt dann einfach mit der Enter-Taste, ganz normal Enter, bestätigen, und ihr berechnet automatisch die Summe daraus, ja, und wie gesagt, das kann ich dann auch wieder nehmen, und beispielsweise eben, um das fertig auszufüllen, hier rüber zu ziehen, und dann habe ich eben meinen kompletten Datensatz, ja, also das ist die sogenannte, also ich kenne es wie gesagt an dem Begriff 3D-Referenz in Excel, die wirklich, wirklich, wirklich zeitsparend sein kann, und ich habe es jetzt einfach mal vorgestellt, weil aus meiner Erfahrung kennen das eigentlich noch nicht so viele Leute, falls ihr es schon kanntet, dann trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen natürlich, und ich hoffe, ihr benutzt es dann auch regelmäßig, falls ihr es braucht, weil wie gesagt, stellt ihr vor, ihr habt jetzt 100 Tabellenblätter oder so, ihr müsstet durchgehen, und ihr möchtet das in Excel machen, es gibt auch noch andere Möglichkeiten natürlich, das zu machen, also kann man auch programmieren, oder eben auch hier entsprechend Power Pivot oder so etwas zur Hilfe nehmen, beziehungsweise Power Query, aber das ist eben eine Möglichkeit, es in Excel zu tun, und dabei eben zeitsparend zu arbeiten, gerade wenn es um sehr, sehr viele Tabellenblätter geht, und man einfach hier eben entsprechende Zellen, die sich in einer gleichen Position eben befinden, aufsummieren möchte, und das Ganze nicht über plus, 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 händische durchgehen möchte, ja, also, wie immer, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, ihr habt was gelernt, habt was mitgenommen für euch, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, macht's gut, bis zum nächsten Mal!